Shaper Fierce. Entdecke die Kraft eines ultra starken Haarsprays. Es bietet von allen Shaper Haarsprays den stärksten Halt. Shaper Fierce friert selbst ein einzelnes Haar in der Form ein. Es ist kein Produkt, das sich feucht anfühlt. Das Problem der meisten Sprays ist, dass sie das Haar beschweren, es am Ende runterhängt. Die meisten Sprays sind einfach zu nass. Wenn man abends ausgehen und den Style nur für diesen Abend haben möchte oder zu einem Shooting geht, es ist einfach immer wieder ausbürstbar. Das ist der große Vorteil. Ob nun unter der Trockenhaube, mit Hitzestylern, es geht einfach alles. Es strukturiert das Haar, bietet wirklich einen Halt, ist aber immer nur temporär. Wenn man ein paar Haare nur an einer bestimmten Stelle abstehen haben möchte, einfach sprühen und es steht. Es ist ungeheuer kraftvoll. Shaper Fierce. Für den stärksten, nur denkbaren Halt.